Heimat ist das, wo man zu Hause ist für mich, also das ist mein Vaterhaus oder mein Mutterhaus und das ist für mich Heimat. Also Döplitsch und da ich von Kindheit an in so einem Haus wohne, ist das einfach Heimat. Ich habe keinen politischen Sinn für Heimat, sondern das ist einfach nur mein persönliches Haus. Mit Döplitsch und Heimat verbinde ich ein großes Fest und ein Fest für die ganze Bevölkerung. Persönlich Freude und Tanzen und eigentlich nur gute Erinnerungen und gute Beziehungen, gute Verbindungen. Das ist Heimat. Ja, vielleicht auch die Erfahrung mit Gleichaltrigen anderen außerhalb meines Bereiches, den ich damals nicht bekannt habe. Also außerhalb des schulischen Bereiches. Bekanntschaft die Lehre mit Gleichaltrigen, die ich vorher bekannt habe. Aber ich werde das nicht, dass ich keine Freundschaften gefehlt habe.